Willkommen zu DayZ, ihr kleinen Lümmel. Ich zeige euch in der Episode hier den Experimental Server, also die Experimental Version von DayZ. Es gibt ein paar Neuerungen, die bald dann auch in DayZ, also im normalen DayZ, eintreffen werden. Unter anderem diese Pistole hier, die P1, ich hab sie jetzt gerade mal hier gefunden. Sieht schön aus, ich habe nur, mhm, keine Magazine dafür. Was aber theoretisch nicht so schlimm ist, zum zeigen geht's. Und, besonders cool, die AKM. Richtig schöne und starke Waffe, brauche hier dieselbe Munition wie die SKS in diesem Patch. Hab nur leider kein Magazin gefunden, es gibt, ich glaub ein Trommelmagazin, vielleicht gibt's auch noch mehr. Hab ich nur leider nicht, das bedeutet, ich muss jetzt immer mit einer Kugel in der Waffe rumlaufen. Werde ich aber in Kauf nehmen, einfach weil ich die Waffe so cool finde, weil die neu ist. Und ich bin mal gespannt, wie viel Schaden die hat. Die hat dieselbe Munition wie die SKS, daher denke ich mal, dass die genauso viel Schaden wie die SKS macht. Kann das aber nicht genau sagen, macht aber theoretisch ja Sinn. Weil man muss ja vom Kaliber der Munition ausgehen. Ich weiß nicht wie, ich bin kein Waffenexperte, wahrscheinlich, die Feuerkraft der Waffe muss man natürlich auch mit reinrechnen. Ich weiß nicht, wie das hier bei DayZ ist. Na okay, das geht nicht, war klar. Was für eine Munition braucht die denn eigentlich? Keine Ahnung, werden wir aber noch sehen. Es gibt viele neue Neuerungen in dem Patch, ich hab ja schon mal im Stream angespielt, hier diese Version. Es gibt zu den neuen Waffen, die ist hier, die ich euch gezeigt hab, auch noch eine andere Pistole, die Longhorn. Wahnsinnstyle. Benötigt Mosin Munition, also einfach extrem heftig und hat einen Longrange Scope drauf. Ist im Prinzip eine Sniperpistole, die richtig, richtig stark sein muss. Die hab ich leider noch nicht gefunden, aber die muss ich finden, das ist mein Ziel. Und damit will ich einiges anstellen in der Schernerus-Welt. Einigen Leuten helfen. Ähm, was gibt's noch Neues? Boah, so viel, dass ich gar nicht weiß, wo ich anfangen soll. Man kann jetzt Feuer machen, also Feuer stellen. Man, ähm, benötigt dafür ein paar Sachen. Und kann da Fleisch kochen, das man von Tieren hat. Genau, es gibt jetzt nämlich auch Tiere, wie Hirsche, Wildschweine und sowas. Die kann man jagen, man kann sie häuten, man kann das Fleisch nehmen und das ist schon ziemlich cool. Man kann auch übrigens Zombies verlieren, indem man an Wildtieren vorbeiläuft. Also Zombies greifen auch Wildtiere an, was ziemlich, ziemlich cool ist. So, was gibt's noch? Es gibt einen Bogen, man kann jetzt einen Bogen craften. Man kann angeln mit einem speziellen Ast und einer Schnur. Hat dann Fische. Ja, die kann man mit Würmern angeln. Die wiederum kriegt man mit einer Farming Hole, indem man mit ihr auf den Boden haut. Also es gibt so viele neue Sachen hier. Und neue Animationen und Sounds. Das ist echt ziemlich cool. Jo, was auch noch richtig cool ist, fällt mir gerade ein. Die Cancel Animation. Man kann jetzt Animationen abbrechen. Und das ist ja wohl mal die Rettung, oder? Weil wie oft man sich irgendwie bandagiert, auf einmal Schritt hört und man kann nichts mehr machen. Oder weil man gerade isst, kann man jetzt alles abbrechen. Das ist im Prinzip schon so viel wert, dass diese Version der Hammer wird. Man kann mit einer Axt jetzt Bäume und Sträucher runterkloppen und hat dann auch Holz, Feuerholz. Man kann Beeren suchen, das jetzt endlich funktioniert. Auch Äpfel an diesen komischen Bäumen, zum Beispiel die vor Beresino sind, kann man Äpfel suchen. Es gibt neue Städte, zwei neue. Ich glaube Novo und Kamanovka hießen sie. Eine ist auf jeden Fall im Norden noch, über dem Airfield, über dem Ostairfield. So habe ich irgendwas vergessen. Es gibt neue Kleidung, so spezielle Polizeikleidung. Die ist so bläulich. Man sieht die auch. Ich trage die Hose im Moment. Also schon ziemlich cool. Jo, was gibt es noch? Was gibt es noch? Eine Roadflare? Damit kann man, also das ist wie eine Art Bengalo. Man kann halt Feuer damit, ach nicht Feuer, man kann Licht damit machen. Jo, es gibt neue Gebäude. Und ansonsten, ja ich glaube das war es soweit, was ich jetzt zumindest weiß. Vielleicht gibt es auch noch andere neue Sachen. Keine Ahnung, auf jeden Fall die gibt es. Ja und in der Version, also in der Version, in dem Video hier zeige ich euch einfach ein bisschen das Gameplay. Okay, diese Experimental Version hat einen großen Nachteil und zwar das Leck- und Rubberbanding. Man sieht es ab und zu, wenn man schnell läuft. Man wird auf einmal zurück teleportiert und das ist eigentlich der allergrößte Störfaktor im Moment. Das werden die wahrscheinlich noch beheben, bevor das auf die normale DayZ-Version kommt. Der Grund ist einfach, wenn der Server leckt, wenn der Server wenig FPS hat, dann kann das zustande kommen, weil der euch zurückrechnet irgendwie. Ihr seid dann halt noch viel weiter zurück, als ihr eigentlich denkt. Läuft die ganze Zeit vor Wände. Oh, da hinten ein Freund. Ich werde mal hingehen. Jo, und das will ich euch einfach mal so ein bisschen zeigen. Gameplay hier und sowas. Also, wir sehen uns. Oh, ein Feuer. Schön. Da sieht man direkt ein Feuer in Aktion. Wer hat das wohl gemacht? Wir werden den Typen erstmal ansprechen. Ich hoffe, dass er friendly ist, aber wer mitten in der Stadt ein Feuer macht, ist vermutlich friendly. Hey, man. You want to team up? Hey, buddy. I'm a fire. I see. That's great, man. I tried it before. It never worked out. Bist du do it? Ja, ja. Ey, wer kommt denn da hinten? Okay. Can I know. Hello. Good, sir. Oh, nice bonfire you got there. Du sprichst auch Deutsch, oder? Wahrscheinlich. Hello. Are you German, my friend? No. Okay. Sorry. Dude, do you have ammo for the AK? No, I have no ammo. Oh, too bad, man. You really want to sit here on the open road, man? Really? But it's nice. Yeah, I know. It's nice and warm, but, yeah. You know, there are bandits here. Some people say. Some people say. Oh, okay. Oh, okay. Hello? Hey, dude. But I have no ammunition. Hey, dude. Why are you doing this? Oh, my God. No. It's not ammunition, man. Why did you do this, man? Why did you shoot, man? Don't shoot me! No! I won't shoot you. No! But you did, man. You fired one shot. Yo, Svetlo wäre auch eine Sache, ja. Ich muss irgendwo hin, wo es Magazine gibt. Es nervt mich. Ich will hören, wie die sich anhört. Na, ich sollte okay sein, ich war nur ein paar Sekunden. Alright. Plus, ich bin energisiert, also muss ich mich regenerieren. Alright. Ja. Ist einer von euch, der etwas zu öffnen hat, um ein Camp zu öffnen? Let me check. Oh. Yo, hello, man. Don't shoot me, I'm friendly. Hello. Ich weiß nicht. Kann ich ihm vertrauen? What's going on, man? Anything special happened here? Auf jeden Fall hat der Typ mega rubberbanding. Und... Was ein Problem ist, dass der mit seiner Armbrust die ganze Zeit auf mich zielt und mich verfolgt. Ich renne weg. Wenn der mich verfolgt, werde ich den töten. Weil wenn der Friend... Aha. Siehst du, der zielt auf mich. Okay, der ist sowas von tot. Wenn der mich verfolgt, ist der tot. Weil wenn der Friendly ist, kann er einfach weggehen. Oder zumindest reden. Aber der verfolgt mich so stillschweigend. Und das ist immer so ein großes Indiz dafür, dass sie ihm was vorhaben, finde ich. Also... Okay. Der ist sowas von tot. Mal gucken, wie gut die Spitzhack ist. Melee-Waffen wurden auf jeden Fall gepatcht. In diesem Update. Die sind jetzt stärker. Daher mal schauen, was das bringt. You will die. Oh Gott, oh Gott. Er kann nicht... Ah. Okay, einen Pfeil abgekriegt. Egal, wir haben ihn, wir haben ihn, wir haben ihn. Lade ruhig nach, du Bitch. Du verfolgst mich. Bam. Hey, sauber. Oh, gar nicht mal so schlecht, die Spitzhacke. Die war vorher viel schwächer. Oh, die hat auch eine AKM. Wir nehmen die einen Schuss. Jetzt haben wir schon einen Schuss. Ist das schön. Eine Press-Vest. Der seltenste... Einer mit der seltensten Gegenstände hier. Einen Rucksack. Okay. Das hast du davon, mein Freund. Es tut mir leid, aber verfolg mich nicht so stillschweigend mit deiner Waffe gezogen. Du hättest was sagen können, okay? Wo bist du denn? Hey, man. Can you hear me? Bisschen Beresino. Bisschen Beresino. Mhm. Okay. Yeah, rubberbending is very annoying. I know. If that happens, you have to walk slowly. You should fix it. Where is this piece of shit? Come on, you zombie piece of shit. What? Was ist ein zombie kaputt? I hear. What? Shit, dude. You rubberbanded out. Oh, my God. The zombie hits you all the time. Are you alive, man? Ja, ich komme auch. Ich stehe wait auf Horst. Auf Horst. Sehr gut. Ja, ich sag immer Horst. Shit, man, 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 are you alive? There's no pulse. Ah. Scheiße, der ist gestorben, ey. Egal, jetzt renne ich durch. Ich habe keinen Bock, jetzt immer neu zu spawnen, hier. Oh, hier ist schon ein Spieler. Nee, ein Zombie. Geht da hinten ab, ey. Wo? Hier sind so zwei Spieler gerade. Wo bist du denn genau, Beresina? Hey, man. Hello, dude. Don't shoot. I am friendly. Yeah, yeah. I was watching you, man. I was watching you. I didn't shoot. Yeah, yeah. Me too. Yeah, no, dude. I am friendly. I just wanted to see what you are doing to him. That's why I was watching you. He's my friendly. Just log in here. Ah, okay. Okay. I thought you were, like, holding him up or so. That's why I was looking. Okay. Um. You aren't German, right? Fuck, die haben sich... Oh, Zombie. Hab mich gehauen. Ich renne mal weg. What is your plan? What are you doing? Oh, die haben sich dupliziert hier. Hey, der Zombie hot mich immer noch. Hey. Oh, shit, man. Der Zombie hot mich die ganze Zeit. Oh, ich stehe hier draußen, man. Do what you want. It's you. Technically. Do to you whatever you want. Die haben sich dupliziert. Ich weiß nicht, ob die das extra gemacht haben. Okay. Oh, nö. Jetzt macht er bestimmt wieder das gleiche. Hello. I'm friendly. Don't worry. Moin. Moin. Ja, der macht wieder Connecting, Felix. Keine Ahnung, wie so. Da hinten sind so zwei Bewaffnete. Ich guck nur, was die machen. Ja, ich bin trotzdem wieder nachgezogen. Kann planen wir so. Ja, Beresino war ich doch richtig. Probier nochmal. Ja, die mach ich ja. Da steht ja Join in Game und dann steht da gleich wieder Connecting Phil. Siehst du die an der Steinwand da hinten, die beiden Bewaffneten? Ich weiß nicht, ob die friendly sind oder nicht. Also, pass auf. Ich kann ja mal hinlaufen und dann kann ich fragen, wenn ich erschaffen bin. Wenn ich dir Bescheid sage, wirst du es ja merken. Ja, aber da musst du dein Leben opfern, mein Freund. Das will ich nicht. Ey, weiß ich nicht. Ich habe keine Ahnung, ob ich in mich bin. Oh, wie steht auch keine Freude jetzt unter. Ich freue mich auf den Spielen, Daisy. Ich packe es nicht. Ja, schön. Ein Wunder. Das passiert. Das passiert. Selten, aber es passiert, mein Freund. Ja. Ja, mir ist es gerade, glaube ich, so zum ersten oder zweiten Mal passiert. Ja, immerhin. Immerhin. Okay, brauchst du irgendwas? Na, ich suche eigentlich mal andere Leute. Einer ist gerade irgendwo im Nirgendwo gespawnt. Der weiß gar nicht, wo er ist. Und der andere ist hier vorne bei Factory. Achso, okay. Ähm. Schluss. Mhm. Ich überlege gerade. Ich könnte dir Essen droppen, nur ich kann das nicht öffnen für dich. Ich habe nichts zum Öffnen. Aber du findest vielleicht ja noch was. Oh ja, keine Panik. Hier, nimm diese Dose, mein Freund. Ich kann dir auch noch eine FNX geben. Vielleicht findest du ja Munition. Ja, das wäre toll. Ich selber habe nur keine. Gut, ich laufe mal rein, weil ich gucke mal, ob ich die wieder sehe. Diese zwei Bewaffneten. Also, merkt ihr, wie ich aussehe? Dass nichts passiert. Dass sie mich nicht irgendwann tötet, wenn ihr Waffen habt. Ich habe so eine schöne Pressweste an. Die AK. Wie heißt du da im Spiel? Vengard. Okay. Gut. Okay, alles klar. Hau rein, ne? Viel Spaß noch. Ich wünsche dir viel Erfolg. Mach das bei mir nicht. Warte mal ganz kurz, hattest du mir. Oh, krass. Warte, wieso schießt der nicht? Wer würde so schießen? Ist doch einer. Ja, töte den. Hab ihn. Ist der tot? Mhm. Hattest du, schotty? Hallo? Ist jemand noch immer wieder жив? Hast du nichts? Ich brauche nur noch aufzusehen. Äh, ich habe letztendlich just managed to get on und ich bin einfach konstant rüber. Ja, ja, es ist. Äh, es ist. Hä? Was ist gerade so einer, weißt du? Yay! Oh, das sieht so cool. Ja, es sieht so. Es hat kein Magazin, doch. Oh, at least ich konnte nicht einen finden, also es ist immer eine Bulle. Äh, ich habe keine Ammo. Hast du noch einen Sporter Ammo? Oh, das ist so. Nein, man, ich habe keine Sporter Ammo. Ich habe keine Chance. Ich habe keine Chance. Ich habe keine Chance. Ich habe keine Chance. Ja, ich habe keine Chance. Ich habe keine Chance. Ich habe keine Chance. Ist es noch etwas? Oh, eine Sekunde. Und da sind zwei Menschen da. Ja, ich habe wirklich Ja, das ist nicht richtig. Ich glaube, ich glaube, es ist nicht so weit. Ich glaube, es ist nicht so weit. Ja, ich glaube, es ist nicht so weit. Die Polizei, ich weiß nicht, ob es bereits looted ist. Ich muss es versuchen. Es ist in dieser Richtung, so du kannst die Loot von den deaden Menschen beitragen. Ja, das ist nicht richtig. Ja, das ist schon mal. Ja, das ist in der Nähe des Westen. Alles klar, wir sehen uns bald. Ja, gute Glück. Ja, danke. Das gehört und ich kann nichts machen. Bei mir lädt das nicht. Ich weiß nicht, wo ich bin. So, jetzt. Warte, ich hole den. Scheiß. Wo warst du jetzt? Erklär mal genau. Wo der... Wo die Bar ist und das... Kannst du noch den Punkt? Das ist genau auf die Straße da. Ich seh den. Ja, versuch ihn zu holen, der SKS. Der nehm ich die. Ich hoffe, dass ich da jetzt irgendwas vor... Hab ihn getroffen, nur jetzt hab ich halt keine Muni mehr. Muss einmal einen nachladen. Hab aber nachgeladen, warte. Ja, ich bin nicht weit weg. Jetzt muss ich halt nur hoffen, dass er mich nicht sieht. Ich weiß nicht, wo der hin ist. Ah, der ist in dem Haus drin. Ich seh das Blut. Ja, der verartete sich bestimmt jetzt. Hm. Du wirst ja hören. Naja. Schon mal die Treppe hochgehen, weil du läufst ja bestimmt vor langsam hoch. Hab ihn. Ja. Uh, dann komm ich jetzt sofort da hin. Nämlich sein... little bitch. Warte nach. So. In diesem komischen weißen Haus, was da neben der Kirche ist da. Hm. Lass uns mal kurz in eine Hausnummer gehen oder so. Hm. Hinten. Musst mal gucken, was genau jetzt so ruined ist und sowas. Ja, hier irgendwo hinten. Wo, wo, wo ist das? Keine Ahnung. Hallo, Mann. In dem, da sitzt es. Okay. Wie geht's? Wie geht's? Wie geht's? Du hast einen SKS, du brauchst Ammo? Ich hab sie gefunden. Ja. Ähm. Wenn du die SKS Munition nicht willst, kannst du die droppen. Brauchst du die? Brauchst du irgendwas? Oh, das wär cool. Brauchst du irgendwas Bestimmtes? Äh. Nö. Ich schau ihn hier nur um hier. Da hinten liegen ein paar Leichen links. Neben, hinter diesem hellen Haus. Vielleicht findest du da noch ein Rucksacklichter vielleicht noch oder so. Ich weiß es nicht. Danke für die Munition. Jo. Gerne. Ich schau da mal. Alles klar, danke. Jo, hau rein. Ciao, ciao. Nice. Hallo. What's up, man? Hey. Tori Kelly picked off Shinta gerade. Pretty fresh spawn. Uh. Well, I found a little stick that I got here. It looked pretty cool, right? Woah. Dude, can you craft a bow with it? Uh. I don't have any string or whatever, but. I'm just trying to find like a pistol or something. Okay. I'm pretty sure that there's like two new pistols. Um. Yeah, yeah, yeah. The Longhorn for example. Dude, come in this building. I will give you something. Yeah, 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 yeah. Alright. Thanks. Who was this? Hello? Uh. You. Wait. Oh. There's a new guy here. Hello. Hi. 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 Hi guys. Dude, no. Where do you not last? Or? No, no. This is Berezino. Oh. This is Berezino? Yeah. Dude, I can give you a pistol if you want. No, dude. It's okay. But we don't have any ammo for your weapon either. So. Maybe. Uhm. No, no, no. Come here. Listen to this. Listen to this. Pass auf! Der macht was! Wow, wow, wow. Der geht mir auf. Ja, gut gehst du geschossen das, Alter. Ich weiß nicht, was der gemacht hätte. Der hat seine Waffe gezogen. Mann! Oh, da hinten rennt einer. Bewaffnet. Zur Polizei. Der ist über die Straße gerannt zur Polizei. Sollen wir hingehen? Ja. Ich weiß nicht, welche Waffe der hat. Warte mal, lass mal. Richtig drüber. Töten wir ihn. Keine Ahnung, welche Waffe der hatte. Ich hab nur gesehen, dass der eine hatte. Oh, da hinten raus war auch einer. Wo? Hier. In dem hier? Oh, hier. Hallo? Oh, Dude. Wow, hello. Wir sind friendly. Dude, ist der Typ außerhalb dein Freund? Hallo? Nein, ich bin allein. Okay. Der andere steht hinter der Mauer. Ich weiß. Mit wem redet der? Der mit uns. Hallo? Hör auf, der hat die Waffe gezogen. Er schießt, glaube ich, auf dich gleich, oder? Der mit der... Schuttfind? Okay. Yeah. Wir sind friendly auch, Mann. Und da ist ein anderer Typ in diesem Haus. Wir werden gehen, okay? Das ist Mappo, ey. Woher rennen die? Scheiße, sie sind hier. Oh. We are not shooting. We are just watching. Please don't follow us. Hier kommt der andere auf der anderen Seite. Schieß, schieß, schieß. Ich weiß nicht, schieß. Please don't follow us, okay? Oh, der lebt noch. Fall dich. Oh, ich bin tot. Der aber auch. Ich hab nur leider nur einen Schuss, weißt du? Ja. Pass auf, der andere ist auch noch da. Mhm, ich seh den. Und der hat mehr Schüsse als ich. Fünf. Nein. Oh, ich hab mich denn aufgehört zu schießen, Mann, Alter. Ja, der war aber noch nicht tot. Ja, der war auch noch nicht tot. Ja, der war auch noch nicht hingerockt. Dude, run, run, dude. Run, run, dude. Oder ich nehm die Mosi mal gucken. Oh, nein. Oh, der hat mich jetzt durch dieses Rubberbanding erwischt. Ja? Oh, ja, ich bin wieder zurückgespawnt. Dann hat der mich getötet. Ja. Oh, dieses scheiß Rubberbanding. Ich wollte den von hinten holen. Fucking scheiß diese Legs. Aber egal, vielleicht kannst du den trotzdem noch kriegen. kamikaze mutter. Er, Ü�. Ну Вот, 10 nhân Jahre alt. Ta mater lat.